Herzlich Willkommen in so neuen Videos. Ich stelle euch die Erpressung vor, also kann man sagen, ein Hubriet-Schiff von den Armin Kanai. Yay, Hubriet-Schiffe, juhu. Aber jetzt ist es ganz nüchtern, jetzt mal angehen. Hubriet-Schiffe haben wir schon ein paar im Spiel schon drin. Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, also wir haben ja das andere Hubriet-Schiff ja, ist mal nett und schön. Wir haben ja auch die Ise auf Stufe 6, ist das Ding, die ist so ein übelst krank auch. Aber mal gucken, ich gehe etwas nüchtern dran. Ich sage, wenn wir bis T10 sind, sage ich mal ein bisschen die Meinung dazu und sonst irgendwas. Aber wir gucken uns dann die Presse erstmal ganz genau an. Wir gucken mal, welche Werte das Ding und der Hauert. Bäm. Das Ding auf Stufe 8 hat 71.100 Labeln, Panzerungswert von 32, denk mal vorne. Doppel-Schutz von 23, Brandschutz-Schalligkeit steht da nicht dabei, ist ein bisschen schade. Meistens steht es dabei, da haben wir ja nicht. Na egal. So, wir haben eine Hauptbatterie von 2x3 von 406 mm, ist schon mal ganz gut. Reichweite von 22,7, ist so angenehme Reichweite. Also, Reichweite-mäßig ist so, kann man sagen, super wert. Wir haben eine HI-Dimisch von 5.700. Durchschlagskraft von knapp 70 mm, das ist aber ordentlich. Brandschutz-Greinigkeit von 36. Ich glaube, das Ding sieht ja so aus, ich würde mehr Richtung North Carolina eigentlich mehr Richtung hingehen. Ja. Mindestgeschwindigkeit sind wir dabei mit HI von 820 m pro Sekunde. Eine AP-Damage von 13.100. Mindestgeschwindigkeit von 701. Alter, ich finde es immer ganz grandios, was Wargaming von Geschwindigkeit angeht, mit der Fluggeschwindigkeit von den Granaten. Also, es wird jedes Mal, oder lebenstechnisch, oder sonst irgendwas, wird irgendwie, also gefühlt, dass es irgendwie ausgewürfelt. Aber naja, wir haben eine Leiterzahl von 27 Sekunden, finde ich persönlich nicht schlecht, sondern angenehm für Stufe, äh, Stufe 8. Also, ich glaube, die North Carolina hat, glaube ich, 30 Sekunden. Also, drei Sekunden weniger, weniger, drei Sekunden können wir einsparen. 180 Grad sind wir bei 45 Sekunden, das ist relativ lange. Maximal Streuen von 287. Und Siegbett von 2. Ho, 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 ho. Siegbett von 2. Ach, du Schein, das ist fast ein Sniper-Biner. Ich glaube, die Amato ist sehr genau, aber 2, Siegbett von 2, von Schlachtschiff. Das ist halt, glaube ich, die, ähm, der, äh, der Deutsche, glaube, ein 2, glaube 2,05. Aber Siegbett von 2, das ist, ah, das ist der Sniper. So, alternativ, hat das Ding, gleich hier, wie ich sehe, Attack, äh, sogar Angriffsflugzeuge. Angriffs, äh, echt, Angriffsflugzeuge hat ja so hier, Luftschläge hat das Ding. Wieder von 30 Sekunden. Äh, zweier ist Angriff. Mhm. Achso, nee, das sind die Wasserbomben, ah, okay, ja, das ist leider, das sind die Wasserbomben, was hier angeteasert wird. So, und, dü, 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 wasserbomben. Äh, dü, 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 bomben haben Sie, nur 1600, okay. Nee, nee, ich dachte schon, das ist das Falsche, also, das ist aber die Wasserbomben, was hier angeteasert wurde auch, deswegen. Weil ich schon wieder ein bisschen verwirrt. Nee, Luftangriffe sind das. Da, 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 da. Dings hier, ähm, Wasserbomben an Bord, das ist auch sehr ungewöhnlich. Naja, so, die Luftangriffe interessiert uns nicht. Hier haben wir die Flugzeuge. Wir haben hier Divebomber, ach, du Schande, ja. Wir haben ein Sniper-Schiff und gleichzeitig noch Divebomber. Ja, also, das ist schon mal richtig, ist mein Pisschen, wenn man schon mal richtig in den richten Abfuck, weil der, der 9er mit seinen Schlagflugzeuge sind genauso schlimm. Die können richtig Damage drücken bis 10 bis oben, in beinahe, das ist schon ein bisschen zu too much. Ähm, die Bomben, sag mal, die haben hier ein Flugzeug, haben hier 2.229 Leben. Flugreichweite, sag mal, Geschwindigkeit sind wir bei 135. Ähm, wenn wir die Speed, am Maximilien Speed sind wir bei 173. Aha, Angriff Flugzeuge 5. Aha, Aufladung 5. 120 Sekunden dauern die. Ja. Aufladungsreichweite sind wir bei 10 Kilometer. Ach, du Kacke. Zwei Bomben. Jo. Und ein High Damage von 7300. Durchschnittskraft von 42, 46 Prozent. Pfff. Ja, nee, ist klar. Was ist das denn von Bullshit? Also, naja, ich sage dazu mal, äh, mein Vater ist jetzt so. Wir haben ein Speed von 366 und 30 Klonen, ja, typisch Schlachtschiff. Komplette Ruderstellzeit sind wir bei, äh, 760 Metern. Ruderstellzeit von 17,2. Also, wenn wir Tarnung reinklatschen und Tarnungsmeister kommen relativ, glaube ich, auf. Klappt bei, äh, fast bei 14, glaube ich, um den Dreh. Und eine Aufdeckstreichweite bei Flugzeigen sind wir bei 11,2. Wir haben hier Dämmisch gefolgt, Partie, Reperto-Party und ein Jäger. Ja, ja, das war alles. Ja. Also, wir haben hier Wasserbomben, also, wie ich so diesmal war, was sehr interessant ist, war der, der Neuer hat das gar nicht. Und dafür haben wir Divebomber. Wir haben, wir haben Sniper-Schiff, also, wir haben ein Schlachtschiff, auf guter Britschiff, was gut snipern kann und dazu noch Divebomber. Ja, aber, ist schon mal ganz lustig. Naja, mhm, das war jetzt mal der 8er. Wir sagen, wir suchen uns gleich mal den 9er uns genauer an. So, da sind wir bei Delorair angekommen. Wir gucken uns mal das nette Ding an. Wir haben 18.800 Leber in 32 Millimeter Deckpanzerung. Doppel-Schutz von 25, ein bisschen mehr. Und wir gucken uns mal das Schiff ganz genauer an, was ist unter Howard, Bäm. Das hier hat ein 1x2. 1x2? What? Okay, 1x2 von 460 Metern. Das Ding hat Drillingsgeschütze. 1x2, 460 Millimeter, 1x3. Ach, der zweite ist hinten am Arsch. Das sieht man nicht. Hä? Das ist okay, da war ich ein bisschen verwirrt gewesen. Bei Delorair, mal gucken. Also, da war ich ein bisschen verwirrt gewesen. Wir haben hier einen Turm mit Zwillingsgeschützen hinten. Und 2x3 vorne. Wir haben eine Reichweite von 21,6 Kilometer. Okay, da war ich ein bisschen verwirrt. Hä? 1x2? Die haben wir ja Trainingsgeschütze nehmen. Also, wir haben eine Heide Damage von 5700. Ich glaube, es ist fast identisch. Ne, nicht ganz. Die Heide ist fast, ja, die Heide ist identisch, aber auch ein bisschen mehr. Wir haben eine, okay, benutzen Geschönlichkeitsgleich. Heide Damage, die sind wir bei 13.500, bei einer Achtung waren wir weniger. aber hier mit 762 meter pro sekunde hier sind gerade etwas länger der luft sogar länger flugzeit wir haben 30 sekunden nachlagerzeit bei anderen 27 30 180 grad drehen sie bei 45 wir haben jetzt eine sträufe von 276 von 1.9 der achterwand sniper jetzt ist etwas ungenau geworden okay luftschlag erstmal die die wasserbomben machen ja wenn die wasserbomben treffen sie bei 4200 ist ganz nett und schön zehn mal zwei zecken der rutsch sieben kilo naja aber noch nicht für luftabwehr ist weil man luftabwehr habe ich gar nicht darauf geachtet wir haben hier wenn wir mit mit den zecken mit den luftabwehr schießt haben wir acht granaten in luft achten hat ist aber viel und wenn sie schaden machen von 1610 das ist schon mal heftig sowie wieder neu wieder achter hat das denn genauso wie bomber dabei die haben jetzt ein bisschen mehr 2630 leben eine normale geschwindigkeit von 135 also ich glaube die flug sollte bomber sind wir soweit alles gleich so wie dafür sind wir etwas schneller unterwegs sein dass ich klonen aber komplett schüssen sie bei 920 metern das ist heftig oder sei ruder städte von 17,2 damit von 16,2 ist bisschen hoch gegangen und eine aufstecksreichweite von 14,8 kilometer wenn wir neben sitzen ist ja klar wir haben hier dämpfe vollparte und jäger also es ist sehr interessant wir haben ein zwillings geschützt hinten und zwei tüme mit tränen stehen geschützt vorne also wir sind das schiff etwas ungenauer gewonnen haben nicht viel aber relativ immer noch ganz gut so ist immer nett also scheinst du glaube die von der von bomben glaube ich habe die bau mal bleiben wie ich kurz mal grob gucke bitte bitte okay hier ist das kleine apps veränderung wir gucken uns mal uns genau uns mal den zähler uns genommen so dass wir sind bei ludi es herrn angekommen und wir gucken uns mal ganz genau an was das denn und so haben wir 96 300 leben und wir sagen uns ok 230 mm deckpanzerung 35 torpedoschutz wow wir haben hier zwei mal drei mal eins ist glaube der hintere turm glaube ich das nicht bei vordere tüme was wir sehen und der hintere turm sieht man da hinten leider nur so dafür wir haben hier 406 millimeter eine reichweite von 22,8 kilometer die high damage ist gleich geblieben ja 820 meter pro sekunde ap ist genauso gleich geblieben wie laut okay aber die streuwert ist etwas hochgegangen nur ja nur ja bisschen aber nicht viel also sieben wird es gleich geblieben bei streuwert von 288 haben wir hier bei den neuen haben wir etwas weniger etwas geringer ja so wir haben hier die luftschläger also mal die wasserbomben elf kilometer und die bomben machen wir 2600 schaden der neuner macht bisschen mehr secondary wurde auf 7,3 kilometer erhöht 300 meter mehr wow wir haben ja okay die 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 luft also mal die acht kanaden wenn wir am schießen sind auch bis hochgegangen nicht viel wir sind bei 1680 wir hatten wir waren ja 1610 reichweite von 200 meter mehr wow so flugzeuge haben jetzt leben von 2500 speed 4 g also ist bei flugzeilen ist relativ nicht so man kann man sagen relativ nicht viel große veränderung höchstens sechs flugzeuge wiederherstellung sind ohne und 120 reichweite sind wir auf der reichweite sind wir bei bei zehn kilometer der kam mit sechs und bomben haben wie zwei und der bomben stand sie bei 7.300 der expansion ich glaube der abfall chance ist der personel abfassungsgleich geblieben so dafür sind wir mit etwas langsam hat 31 knoten und bettisch ist diese beiden nur noch 50 metern oder stellzeit von 18,6 und das ist sehr heftig davon von 16,8 euro etwas höher teilweise von 15 15 14,5 kilometer wir haben jetzt die damage gefördert party report party und ein jäger dabei also optisch ist natürlich ein typischer ein schlachtschiff aber was mir bis etwas kann man sagen stört was ich meine ja ein bisschen also ich so gruppen ist aber so voll von schiffsleistung ist sehr interessant aber was mir etwas bisschen stört machen wir hier also wie ich direkt zwei kann man sagt ist so ganz interessant aber das problem ist ja der 8er was wir haben ja ist ein verdammter sniper wir haben hier sieht man wird von wirklich von zwei das ist sehr gut wenn wir den apple stripper dabei das problem ist ja was ich immer ein bisschen finde die hubret schiffen ja wenn als teils als schlachtschiff eingestuft so unter der kurs was wir haben ja ist auch ein schlachtschiff aber dass das ding wird relativ sehr weit hinten gespielt ja so und also ich hätte lieber ein richtig schlachtschiff wie ein hubret schiff war so die kurs der 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 präum schiff kann auch riechen abfakt sein also etwas schlachtflugzeug von damage drücken können ist extrem heftig dazu hast wenn du wenn du pech hast hast du ein trippelt die wie vor die hubret schiffen nur als regier kann man sagen etwas krasses beispiel würde ich mal nennen du hast ja wirklich kann man sagen drei leute die spinnen den 8er ständige so die benutzen ja wenn ihr wenn ihr mit die flugzeuge fertig sind ja könnt ihr fliegen und die flugzeuge starten ja wenn ihr automatisch der cool und wir wieder neu gestartet ja das problem ist ja die wenn triple division hast ja mit den obiet schiffen ja das haben wir mit iso mit iso kannst du es genauso machen ja also triple iso ist völlig krank eigentlich völlig überpowered eigentlich eigentlich selbst da muss ein begrenzung geben aber wo das schiff erlärmt haben schon lange etwas länger drinne war also die triple iso ist immer noch sehr stark also hier ist gewisse gehen würde ich genauso einstufen wenn wenn du hier wenn du drei von europäisch schiffen hast und wirklich gut eingespielt sind also wenn du wirklich welche hast die nicht so gut eingespielt sind stehen eher hin und blutzen überhaupt sie nur die flugzeuge und da gibt es wirklich gründen da brauchst du mal wirklich mal schlachtschiffe mal wirklich nach gerade situations abhängig ist kann man nach vorne fahren und bis mal gerade bei dem presche reinhauen gerade gegner wissen zum kaputt zu machen also zu mir mehr und die fahr nicht nach vorne hast wirklich drei dann kann man sagen für die drei schiffe schlachtschiffe die eigentlich mehr als tv spielen als schlachtschiffe also hier bei den operativen ist ja ein gesunden mix zwischen flugzeug und schlachtschiffe beides zusammen ja das ist so eigentlich eine spielweise muss bis abwechseln kann mal ein bisschen hier mit mit schießen wenn es keine situations abhängigkeit ist gerade auch mal mit flugzeug kann man starten zerstörer kann man ausflex und sonst irgendwas das ist eigentlich so ist meine persönliche meinung da so sollte eigentlich mal der gute mix sein ja so anderes beispiel wenn du relativ gute spielers ja gut abgestimmt sind und wissen genau wie man die dinge spielen ja der andere typ ja als beispiel nehmen wir den achter ja der eine tut ein schlachtschiff komplett doppelt abfackeln da kommt ja mit anderen zwei zwei andere zwei kumpeln also von der divisions kumpel halt gerade reagiert tun die zwei noch mal den abfackeln die sehen halb flugzeuge ist übelst am brennen hauen übelste damage raus also kann man sagen dass wir nur als krasses beispiel können drei leute eigentlich ein komplettes schlachtschiff nur mit dem bomben eigentlich reintürtig rausnehmen weil die schlachtflugzeuge die machen brach ja ein damage ja also hier ist es dann mit der damage also hier ist es finde ich persönlich bei rubri schiffen doch mal haben zu einer begrenzung machen wenigstens eine rubri schiffings dabei das haben wir bei den u-booten ja auch gemacht ja bei division zwei u-boote in division also wenn wirklich leute mit der rubri schiffen gut umgehen können und starke division und wie ich sagt sich mit relativ stark absprechen sonst irgendwas können die auch ein komplette flanke komplett weg flexen ja also ich hier finde ich persönlich da muss eine begrenzung reinkommen bei den hybrid schiffen bei die iso war das genauso gewesen wenn du relativ gut eingespielt mit die iso bist kannst du übelste schiffe rausnehmen ist genauso als beispiel wenn du mit dem self bomber ja gerade zerstörer so tritt eines zerstörer jagen tust es gibt ja zerstörer ja die amerika nebel an der gute relativ gute flugabwehr oder der zerstörer hat kein nebel auf kudern weil er nutzen musste können hybridschiffen auch wenn sie gut abgestimmt haben die wir so ein komplette dd rausnehmen er braucht nur nicht mehr hilfe als braucht die cv nur nicht mehr spoten spoten die dd drei leute spotten die zerstörer selber der andere klatscht darauf da kommen die nächsten beiden drauf und ist jetzt zerstörer auch instant tot also hier sehe ich dem relativ potenzial die hybrid schiffen extrem division ab zu so wirklich extrem stark zu machen auch besonders der der 10er was wir haben ja wir haben hier kann man sagen hier ist der 10er wir haben hier sechs flugzeuge eine in der staffel ja da kommen ja 6 12 da kommen hier 18 flugzeuge die entgegen und klatschen einfach einen kompletten zerstörer raus also das ist auch relativ krass dazu okay wir haben hier relativ hauptbatterie wir haben relativ keine nicht so viele mobile luft wir haben hier einmal 6 kugeln kann man sagen hier haben wir einmal 69 kugeln luft es ist genauso ja aber während dafür etwas schlechteren sigma wert aber wenn man in den kauf bei den amiss ja kannst du das module einbauen ja diese schreibe ein bisschen reduziert da wird etwas noch etwas genauer aber hier ist wirklich ein schiff was eigentlich die wir sind kann man sagen fast in runde entscheiden ja also ich bin mal gespannt also von den bretschiffen wie auch ein bisschen zu gespalten ja der 9 von den amiss kann auch richtigen abfakten sein also mal also der steht meistens relativ weiterhin also ich habe nie so dass die nie relativ nah an der front gesehen deswegen also die diese division ist extrem stark auf stufe 6 er kann auch relativ bis stufe 18 aber es ist scheißegal flugzeuge drei glaube ich glaube vier flugs oder fünf aber ich weiß nicht glaube vier flugzeuge da kommen acht zwölf flugzeuge können auch ein komplettes schiff wegflexen wenn die tops alle gut treffen glaube die topsen machen glaube ich glaube ich glaube zwei tropädes glaubt pro seite und glaube jetzt flugzeug schmeißt glaubt zwei tropädes raus weiß ich mir aber diese sind die müssen auch ziemlich sehr stark also hier sich relativ ein division wenn es gut abgestimmt ist können die auch relativ starken schlachtschiff einfach ein komplett groß nehmen oder zerstörer komplett rausnehmen also hier sich relativ ein starken polizei wirklich grund um zu reißen die haben ja auch die reichweite auch die braunen hier wegen nicht ja eine freund die können auch max wenn schon ballern auch also ist dann aber das problem ist ja wenn du auf max schießen tust ja da brauchst du wirklich was wirklich schiffe was wir nach vorne fahren und gerade mal wirklich gerade präzise das und doch mal nach vorne fahren gerade irgendwie nach welche schiffe rausnehmen aber mal gucken also hier bin ich gespannt wie das genau gebalanced wird ja also hier sehen wir sie hier sich ziemlich sehr ein bisschen schwarz diese komplette wie gesagt diese komplett division völlig op völlig krass also wirklich gut abgestimmt kannst du die kompletten runden alleine reißen so als krasse beispiel aber es gibt ich also ich habe auch sehr paar runden gespielt mit iso ich glaube ist relativ glaube vier oder fünf mal gespielt und da wirklich mit anderen zwei also eine flagge komplett aufgerieben und hier sieht es fast genauso also hier ist ein bisschen zu doll besonders mit mit den high damage zusätzlich noch also also ich kann ein division komplett ein komplettes wenn wir als beispiel die kuhfürsten ja der grunde 10er kommen in der ecke schmeißt die bomben wenn der pechter doppelt abfahrt oder drei verbrannt hat gerade repariert kommen andere zwei die beiden division und tun die gleich noch mal mit schaden reindrücken das ist eine halbe kurve ist einfach so weggeschossen einfach ohne ohne die 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 und die obritschiffen also die beiden division wurden nicht mehr aufwand und nicht mehr geschossen haben oder doch mal geschossen und dann flugzeug eingestiegen sind also hier sehe ich den schaden zeitpunkt sehr ziemlich sehr hoch also ich will hier nicht den schwarzen teufel band mal aber ihr wisst was ich meine grob im ganzen ja aber mal gucken ich bin gespannt wie die schiffe gebalanced werden also ich hoffe dass wargaming eben doch mal die hybrid schiffen mal auch eine separate klasse mal einführen und nicht als schlachtschiffe also wir haben wir relativ viele verschiedene schiffsklassen als hier drinnen im world of warship und es wird doch mal haben zurzeit mal paar icons also neue icons einzufügen und die schiffe mal wirklich mal richtig einzustufen also bei hybrid schiffen finde ich persönlich muss einen kompletten neuen icon gemacht werden ja oder den schlachtschiff den symbol von schlachtschiff komplett ändern oder sonst irgendwas machen bei den symbolen also sie bei den symbolen kann man relativ viel ändern und das haben sie bei u-booten auch gemacht ja die haben den dreieck genommen nur einfach ein strich dazwischen gemacht und das war es ist die icons kann man ändern so ist ja nicht also ich finde die europäische schiffen müssen separate eigene separate klasse bekommen wirklich eigene items ist bei den schlachtkreuze genauso langsam vielleicht auch mal eigene 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 reinzubekommen weil viele neue empfänger wissen nicht mal wo der unterschied zwischen kreuz und schlacht und schlachtkreuze also eine laie das wirklich nicht auskennt für sie sind erst nicht unterschied weil als beispiel die alaska ist ein schlachtkreuzer ja hatten rumpf wie ein kreuz aber nur hauptbatterie wie ein schlachtschiff also die merkmale kann man schon also wenn man längere zeit schon spielt kann man schon erkennen aber ist ein bisschen ein bisschen komisch aber so naja der link zwischen bei den schiffen packt ohne wiederbeschreibung ich bin gespannt wie die gebalanced werden also ich hier sehe ich ein bisschen leicht schwarz aber ich hoffe das war geben die dinge ein bisschen gebalanced kriegen und sonst ein bisschen rumschrauben aber hier also trippel division von rupritschiffen ist schon ein bisschen heftig also ich sie ein komplettes kuh füsten oder yamato komplett von den rupritschiffen und schlachtschiffen also komplett weggerollt also also hier sehe ich wirklich ein divisions zweig was sehr im ziemlich sehr stark dominiert aber ich lasse mich überspannen der link zwischen und der projode wieder beschreiben meine zwischen hybrid schiffen oder schlachtschiffen weil hier wird ja als schlachtschiff eingestuft hier will ich ja also bei den hybrid flug zur träger oder oder andere was hier aber nicht als schlachtschiff hier einstufen naja ist meine person ich habe mal ein bisschen meine mann dazu gesagt aber ich will dass ich lasse mich überrascht wie die dinge kommen ich denke mal so eventuell ist es ja erst aber ich lasse mich überraschen wie schnell woge mir ist da würde ich euch noch schön doch noch schön haben das ist euch geflossen darum nach oben der linke zwischen dem blog packe ich unter dem in der video beschreibung hat